Book 2 85 As-I-La Al-Modi 1 Fragen Vergangenheit 1 Fragen Vergangenheit 1 Wie viel haben Sie getrunken? Wie viel haben Sie gearbeitet? Wie viel haben Sie geschrieben? Wie viel haben Sie geschrieben? Wie haben Sie geschlafen? Wie haben Sie geschlafen? Wie haben Sie die Prüfung bestanden? Wie haben Sie die Prüfung bestanden? Wie haben Sie den Weg gefunden? Wie haben Sie den Weg gefunden? Mit wem haben Sie gesprochen? Mit wem haben Sie gesprochen? Wie haben Sie sich verabredet? Mit wem haben Sie sich verabredet? Mit wem haben Sie Geburtstag gefeiert? Wie haben Sie gewohnt? Wo haben Sie gewohnt? Wo haben Sie gearbeitet? Wo haben Sie gearbeitet? Was haben Sie empfohlen? 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 Wie schnell sind sie gefahren? Wie lange sind sie geflogen? Wie lange sind sie geflogen? Wie hoch sind sie gesprungen?